Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 12. April 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1342 und ich hoffe, ich überstehe diese Episode ohne einmal zu gießen. Mit den heutigen Themen Super Mario Bros, YouTube, ChatGPT, Fitbit, Google, Snapchat und Polestar. Ja, die Pollen haben wieder voll reingehauen und deshalb kam gestern auch keine Episode und Ende der letzten Woche. Ich hoffe, die nächsten Tage wird es wieder ein bisschen besser durch das fleissige Regnen, was da vom Himmel runterkommt. Ich kann aber für nichts garantieren. Somit bitte habt Verständnis. Es geht los mit dem Super Mario Bros Film, der aktuell in den Kinos läuft, wo ihr da draussen ihn euch anschauen könnt. Ich habe ihn gesehen. Ich bin zweimal eingeschlafen. Ich muss aber auch sagen, ich war total müde von den Medikamenten dieses blöden Pollenzeugs. Der Film selber finde ich sehr, sehr gut gemacht. Er nimmt die Spiele, die einzelnen Spiele, die es so gibt im Mario-Universum, richtig schön auf. Und meine Mädels haben das richtig schön mal sehen können, was da alles rundherum passiert. Und der nächste Schritt meinerseits ist natürlich, ihnen jetzt die ganzen Spiele ein bisschen näher zu bringen und zu zeigen. Ich bin mal gespannt, ob sie überall die Parallelen dann auch zum Film sehen werden. Weiter geht es mit YouTube Premium und YouTube hat neue Funktionen dazu gebracht. Zum einen können Warteschlang-Funktionen jetzt auch auf dem Handy und auf dem Tablet eingesehen und genutzt werden. Ein Ding, das eigentlich schon lange hätte reinkommen sollen. Dann gibt es auch Meet Live Sharing für Android-Geräte. Das heisst, mit Google Meet kann man YouTube-Videos zusammenschauen. Whippy! Und das, obwohl man und oder wenn man Premium-Nutzer ist oder kostenloser Nutzer, soll beidseitig funktionieren. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie ich keine Werbung mehr ausgespielt werden kann. Ich muss nur ständig mit jemandem in einem Chat sein, der Premium hat. Ach nee, lassen wir das. Übrigens, in den nächsten Wochen sollte auch eine ähnliche Funktion, also das gemeinsame Nutzen von Videos, über FaceTime, über iOS Shareplay kommen. Da bin ich schon sehr gespannt. Obwohl, ich habe ja kein YouTube Premium. Mist. Ja, was haben wir noch? Smart Downloads kommen und werden verbessert, sprich ausserhalb des WLANs. Und es soll möglich sein, über 1080p HD-Videoqualität für iOS zu nutzen, wenn man dann eben bezahlt. Zu Jets GPT gibt es Neuigkeiten. In Italien ja schon verboten. In Kanada steht es mit einer Beschwerde, sprich da gibt es eine Klage in die Richtung wegen Sammlung und Verwendung und Weitergabe von persönlichen Daten ohne Zittzustimmung. Und neu ist auch in Deutschland eine Taskforce KI geschürt oder geschnürt worden, die sich das Ganze anschaut, ob auch in Deutschland gegen die DSGVO verstösst. Also, ich gehe mal schwer davon aus, weil die ja relativ ähnlich ist wie die bei Italien, zumindest in den genannten Punkten. Aber erste Aussagen sind laut Tagesspiegel, man möchte von einer Versperrung oder von einem Verbot absehen. Ich bin mal gespannt, wo es dann schlussendlich darauf rausläuft. Immer wieder mal habe ich darüber gesprochen, nachdem Fitbit ja von Google dann definitiv hat gekauft werden können, kommt jetzt der definitive Plan, Neukunden dürfen ab Sommer dieses Jahres nur noch über Google sich einloggen, also direkt mit dem Google-Account. Bestandeskunden haben noch bis 2025 Zeit. Was nachher mit denen passiert, das weiss man noch nicht. Weiter geht es mit Google und mit einer Strafe. 32 Millionen US-Dollar sollen sie Strafe zahlen. Weshalb? In Südkorea haben sie während den Jahren 2016 bis 2018 Spieleentwickler damit gelockt, dass sie Spiele exklusiv über den Play Store anbieten und dann aber die Möglichkeit bekommen, beworben zu werden und somit weltweit oder besser gesagt Südkoreaweit fleissig kostenlose Werbung bekommen. Und das haben viele gemacht, jetzt aber der eine oder andere will dagegen vorgehen und ja, ihr wisst ja, wie meine Gedanken in die Richtung sind. Zu guter Letzt, ohnehin, es gibt noch zwei. Snapchat Lenses, also die Linsen oder die Filter von Snapchat, die unsäglich hübschen, kann man jetzt auch bei Microsoft Teams starten. Na, darauf habe ich gewartet, dass meine Mitarbeitenden mich jetzt in Microsoft Teams-Sitzungen mit Snapchat-Filtern vollballern. Yippie. Aber es gibt's. Polestar 4. Es ist gelüftet. Am 18. April, während der Shanghai-Auto-Show, will anscheinend Polestar sein neuestes Fahrzeug vorstellen, den Polestar 4. Was das genau ist und warum man, ja, wie soll ich sagen, viel gibt es noch nicht zu wissen, darum muss ich sagen, es soll relativ ähnlich sein wie der Polestar 3, soll aber total überarbeitet sein vom Design, ein SUV-Coupé, ein Platzangebot wie ein SUV, aber in kompakter. Es soll günstiger sein als der Polestar 3 und in etwa gleich schnell. Alles andere werden wir sehen, wenn's dann wirklich soweit ist, also 18. erwarten. Und das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und ja, bis bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.